Hey, wir kriegen den Torbauantrieb. Nice. Mag ich nicht wiederholen? Oh. Zumal, wir haben ja eh noch viele Sachen. Das nächste ist halt natürlich die Pokeflöte. Ich halte erst die Flöte und dann den Antrieb. Ah, dann holen wir das rum. Kann ich hier mit dem Rauchball irgendwas reißen? Wie ist das? Oh, wie geht das? Ich fahre ihn schneller. Ich kann mit ein paar Stellen auf jeden Fall mir den Ball was beißen. Relaxo geht nicht. Doch, Relaxo geht. Ich dachte, der fällt hinten runter. Oder nicht? Oh doch, fällt der hinten runter. Ah, hier bin ein Muckimiautsi. Okay, greife ich hier das Sichloa? Yes. Wie willst du das machen? Aber Sichlo hat echt nicht gut getroffen. Okay, jetzt habe ich sie getroffen. Muckimiautsi nicht! Muckimiautsi! Muckimiautsi nicht. Okay, ich hab ich zu spät gemacht. Ja, ist das Maus hier in Ruhe! Kannst nicht mausen. Okay, Maus hier mal probieren. Nicht, dass sie wissen darf. Können wir vielleicht nächstes Mal werden wir mal wieder beim Fixeln. Wunderful! Well done! Wow! Ketchup stumpf. Entschuldigung, zwei Pikachu auf stumpf. Boah, das gibt richtig Punkte, doppelte Pikachu. Ah guck, 6500 für das nächste. Ist das denn die Flöte? Tunnel. Tunnel krieg ich auch. Beim Fluss weiß ich brauche ich die Flöte unbedingt, weil ich muss das Giflor wecken. Weck da, ich muss doch durch. Okay, mach schnell, dann kann ich nicht schneller. Ja. Okay, ich muss dich hier treffen. Nummer eins getroffen. Nummer eins getroffen. Nummer zwei getroffen, nice. Müsst du dann jetzt nicht? Okay, war es doch was anderes? Es müsste doch hier das Licht angehen. Oder war das Pikachu da hinten, wenn man Musik spielt? Na guck mal, ich geb den Apfel. Okay, dann bräuch ich dafür auch die Flöte. Gut. Dann ist das hinten irgendwo Strom. Ich dachte, das wäre, wenn ich beide Elektriks habe, dass die Strom abgeben. Strom abgeben. Aber das war nicht so. Dann war es vielleicht, dass Pikachu hinten was Strom macht. Yes! Gut, dann gehen wir dann erstmal ins Vulkan, weil da weiß ich, ich muss äh... Bälle werfen. Raubbälle. Na gut, ich hab dich falsch erinnert. Aber beim Vulkan weiß ich, ich muss die Raubbälle in den Vulkan werfen. Wow. Zumal beim Vulkan können wir noch Punkte holen, weil wir das ein oder andere Pokémon noch nicht haben. Bin mir aber noch nicht 100% sicher bei dem einen, wie ich das kriege. Bei dem Vulkan und Vulkan haben wir auf jeden Fall noch nicht. Die könnten mir nehmen für Punkte. Dann kriegen wir vielleicht auch die Flöte. Direkt. Yes! Galopp haben wir auch noch nicht schön fotografiert. Aber hier muss ich mich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Wenn ich das überhaupt mal treffen würde. Hast du gereicht? Nein. Doch, doch. Nein. Das geht nicht doch. Oh, das hat nicht funktioniert. Timing-mäßig ist bei mir halt echt eine Katastrophe. Ich weiß mal, wo viel zu fahren. Wir speeden hier mal ein bisschen durch. Wir speeden hier mal ein bisschen durch. Das könnte auch gut Punkte geben. Welche war nochmal ein schönes? Ach halt, warte. Welche war das? Ja. Aus einem kann auch Akani kommen. Ich weiß aber nicht. Vielleicht muss ich vor den Apfel reinwerfen. Wir haben eh nicht erreicht. Unser Signal. Unser Zeichen. Aber es sah schon aus wie Smogon. Ah, fast. Das hat nicht gezählt. Das ist ja immer ein bisschen komisch, was das in der Mitte angeht. Ich verstehe immer noch nicht, dass das eine Zubat als Mitte zählt. Obwohl halt nix von dem Zubat in der Mitte ist. Außer ein Stück Vögel. Du kannst den Vögel ja nicht als Mitte zählen. Zumal hat er nur bei dem Zubat so viele Abweichungen. Vielleicht war ich zu schnell das Zubat das scheiße zu fotografieren. Ich bin sehr froh, wenn du etwas draufkommst. Oh, das gab Punkte. Vielleicht kriegen wir doch jetzt direkt die Schritte. Oh, das sind richtig Punkte hier. Läuft. Okay, wir kriegen die Flöte. Dann machen wir doch den Tunnel erst nochmal durch. Also von oben nach unten durch. Dann ab zum Tunnel jetzt. Da hab ich mich echt vertan. Und ich dachte, ich bräuchte die zwei Leg-Tags, dass die machen. Aber es ist wahrscheinlich mit dem... Mit dem Zap Zap Pikachu! Weil... Weil man bei Pikachu immer Flöte spielt. Das wäre bei ihm jetzt nicht. I am Speed! Ich bräuchte jetzt nur das Zeichen. Ich bräuchte erstmal keine Punkte. Klar, wenn ich weiß, ich hab bei einem Pokémon echt ein Sau-Bild. Oder hab das Pokémon noch nicht. Ja, hier. Pikachu, sei so frei! Okay! Das hast du reich? Hattest du reich? Das hat er reich! Das hat er reich! Nein, Zapdos! Bleib hier! Okay, er macht Strom. Das ist aber immer noch nicht an. Muss ich euch zum Streiten bringen oder so? Ah, okay. Ich hab nix gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Alexa, stopp! Alexa, stopp! Gut. So tut er eben erschrocken vor der Alexa. So. Ab nach Hause. Gut, schau mal, was meine Pizza macht. So. Und das Signal nicht vergessen. Yes. Wonderful. Okay, knapp vorbei ist auch der Leber. Oh, das hat auch gelohnt. Wo ist das Zeichen? Eins der zwei Zeichen von... ...Sechs. Um sieg. mediosenturfen Separieren. core map. Das Level sind unten zur Runderen. Bis zum nächsten Mal. Ich Numfe? Wera, wipe mal. fellowtanjenhaat? Euch t believe Im Mul. Ja? Vielen Dank.